Hast du genug von schlechten Videos? Hebe deine Aufnahmen jetzt auf ein Hollywood-Niveau mit DaVinci Resolve und Topaz Video AI. Denn dieses geniale Werkzeug ist ab sofort als OpenFX Plug-In verfügbar. Stell dir vor, deine Videos sehen so scharf und gut aus, dass jede Aufnahme wie von einem Profi-Filmteam erstellt wirkt. Kein Rauschen, keine Unschärfe, nur reine, lebendige Bilder, die deine Zuschauer staunen lassen. War Topaz Video AI bisher nur als Standalone-Version verfügbar, gibt es jetzt gleich mehrere Plug-Ins, inklusive, also ohne zusätzliche Kosten. Damit haben wir unseren Workflow in DaVinci Resolve bereits revolutioniert. Dank maschinellem Lernen und KI-gestützter Technologie wird Bildoptimierung auf Knopfdruck realisiert. Importiere einfach deine Clips in DaVinci Resolve und verbessere diese mit dem neuen Topaz Video AI Plug-In. Das funktioniert im Edit-Bereich und auch bei der Farbkorrektur. Wähle aus verschiedenen AI-Modellen aus, reduziere Bildrauschen und verbessere deine Aufnahmen, wie es die Profis machen. Kurz, sieh zu, wie deine Bilder so richtig zum Leben erweckt werden. Warte nicht länger, hol dir jetzt Topaz Video AI für einen kostenfreien Test und beginne deine Videos zu optimieren. Deine Zuschauer werden es dir danken. Mehr Infos auf Deutsch findest du bei uns auf der Webseite. Schau gleich mal nach. Untertitelung des ZDF für funk, 2017